Fynn Badelster, es ist das große Spiel der HSV zu Gast im Holstein Stadion am Montagabend. Flutlicht, es ist angerichtet. Was haben wir zu erwarten? Ja, so Spiele sind natürlich geil. Jetzt muss man kleine Abstriche machen, leider ohne Zuschauer. Sonst wäre das natürlich ein absolutes Highlight hier bei Unterflutlicht, so ein Spiel zu bestreiten. Aber auch so ist es, glaube ich, immer eine Herausforderung gegen eine richtig, richtig gute Mannschaft, die super gestartet ist in die Saison, um da vielleicht ein Bein zu stellen und selber seine Qualitäten auf den Platz zu bringen. Du hast richtig viele Spiele gegen den HSV absolviert in deiner Fußballkarriere. Ist was hängen geblieben? Hat das einen besonderen Charakter, so eine Partie? Na klar, es waren immer besondere Spiele, so eine Derbys. Egal, ob dann als kompletter Außenseiter mit St. Pauli oder als kleiner Favorit dann nachher auch manchmal mit Werder. Trotzdem waren das immer heiß umkämpfte Spiele und da hoffe ich am Montag auch drauf. Wir sind froh, dass du schnell wieder zurückgekommen bist nach deiner Oberschenkelzerrung. Es lief da richtig gut für dich. Ist das dann so ein Schock im Moment, wenn man nicht weiß, wie lange dauert es? Ja, na klar. Erstmal denkt man, ach du Scheiße, weil man so eine vernünftige Vorbereitung komplett absolviert hat, richtig gut in der Saison war. Und dann wirft einen das natürlich kurz erstmal aus der Wahn. Aber es ging ja zum Glück dann doch alles schneller. Wir haben hier gut gearbeitet. Ich war schnell wieder auf dem Platz, habe so nur ein Spiel verpasst. Von daher Blick nach vorne und weiter geht's. Holstein Kiel ist richtig gut in die Saison gekommen. Dazu hast du beigetragen. Jetzt der HSV. Also wir wollen die drei Punkte. Was müssen wir tun dafür? Ja, wie eben schon angesprochen, hat der HSV eine enorme Qualität, sind super in die Saison gestartet. Ich glaube, wir müssen alles abrufen, was wir im Köcher haben. Aber trotzdem traue ich der Mannschaft mit der Qualität, die wir haben, durchaus zu den großen HSV zu ärgern und die drei Punkte hier zu behalten. Hier ist so ein Spieltag für dich als junger, alter Hase. Wenn man morgens wach wird, abends Derby, ist man da ein bisschen unruhig oder schüttelt man das locker weg? Nein, ich habe immer noch vor Spielen immer noch die gleiche Nervosität, Anspannung, die man eigentlich auch braucht, um dann die Höchstleistung abrufen zu können. Und von daher wird es an dem Tag auch wieder so sein und da freue ich mich schon drauf. Du zeigst dich recht selbstbewusst. Das freut uns. Das riecht nach einem Dreier für die HSV. Viel Erfolg, Finn Badels. Dankeschön. 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 Dankeschön.